Hallo Leute und willkommen zu einer neuen Runde QSG auf meinem Kanal. Und ja Leute, heute meine Runde QSG auf dem Web Nuketown. Und zwar habe ich ein ganz klitzekleines Thema am Start. Und zwar warum einfach in letzter Zeit so wenig Videos kommen. Und zwar das ist einfach ganz den einfachen Grund. Ich habe einfach im Moment nicht wirklich Bock. Videos aufzunehmen, da ich im Moment einfach mehr UAC spiele. Und das einfach mehr Spaß macht, als so eine Runde QSG aufzunehmen. Oder irgendwas anderes aufzunehmen. So und das Pad, den können wir auch töten. Haben wir. Aber Leute, ich probiere wirklich jetzt so jeden dritten Tag im Video rauszuhauen. Das heißt, zwei Videos in der Woche hoffentlich. Wenn ich das nicht schaffe, dann tut es mir leid. Weil ich würde es wirklich gerne probieren. Aber es ist halt wirklich schwierig für mich. Ich werde auch jetzt keine zweite Runde mehr dranhängen nach der... Da ich einfach jetzt schon zwei Aufnahmenversuche hatte und die ich einfach nicht aufgenommen habe. Ich merke dann erst, dass einfach OBS Studio nicht aufgenommen hat. Das ist mega nice. Deshalb werde ich jetzt nach der Runde einfach Aufnahmen beenden. So Leute, dann haben wir den letzten Gegner noch getötet. Ich finde, das war eigentlich eine ganz intense Runde. Und Leute, deshalb würde ich sagen, lasst gerne ein Like da. Und schaut was zum nächsten Mal. Haut rein! Hummer! Ciaoünambling! Bye!